ja hallo und willkommen bei einem neuen let's play von need for vw golf let's plays ja heute spielen wir mal pure gymkana drift das ist ein spiel aus dem playstore ja irgendwie schon im letzten video erwähnt will ich auch bald anfangen mit need for speed let's play ich habe heute den ton aus weil ich heute noch eben so im nächsten so weil er schon scheiß drauf also eben in diesem spiel geht es darum machen was man will man kann sich hier eigentlich ist dieses spiel macht richtig spaß hier fährt man mit unterschiedlichen autos durch die straßen man muss auch richtig viel geld sammeln zum beispiel jetzt hier das ist kein blogs im honeykorn aber es gibt auch noch ein bmw m3 dann gibt es noch so ein paar also noch ein paar ford fiestas und escorts von cam block ja noch irgend so ein subaro von cam block habe jetzt keine ahnung ja und bei den wenn ich anfangen mit need for speed zu machen werde ich auch ein video über das honeykorn machen weil ich habe den mir schon gekauft also ich habe mir in normalen mustern gekauft und einfach das bodykit und die leistung so optimieren dass es wie beim honeykorn ist außer der eiratantrieb ja ich werde in nächster zeit auch mehrere längere videos machen meine letzten videos oder allgemein meine videos sind ja kurz weil ich eben keinen bock habe so lange zu drehen weil ich manchmal auch dann keine ideen haben ja 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 und jetzt fahre ich noch mal eine runde und danach ist eigentlich schluss und damit sage ich tschüss ja 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 Vielen Dank.